Hallo und herzlich willkommen, hier ist Bardo mit einem Video zum Thema Crowd-Control. Meine Videoserie ist offensichtlich, obwohl sie gar nicht so gedacht ist, unglaublich kontrovers. Denn so viele Downvotes wie bei meinen BMZ-Videos habe ich sonst bei keiner Art von Videoserie, die ich je gemacht habe, bekommen. Das ist cool, das stört mich überhaupt nicht. Ihr könnt uns und mir nur einen Gefallen tun, also euch natürlich auch, indem ihr einfach sagt, was ihr kritisiert, was passt euch nicht. Schreibt einen kurzen Kommentar und wir können darüber reden, damit es irgendwie allen Leuten deutlich mehr geholfen. Die positiven Kommentare schreiben sehr häufig, warum ihnen irgendwas gefällt oder warum sie zustimmen. Bei den negativen sehe ich das sehr, sehr selten. Also natürlich, wenn ihr einfach nur zu Hause sitzt und sagt, das finde ich doof, Downvote, kann ich nichts machen, könnt ihr machen, dürft ihr machen, kann ich auch nicht verbieten. Aber falls ihr konstruktiv sein wollt oder irgendwas Geistreiches beizutragen habt, was möglich ist, dann schreibt doch was. Vor allen Dingen, wenn ihr die Videos weiterguckt, es scheint auch einige zu geben, die regelmäßig die Videos weitergucken, nur um sie downzuboten. Wenn ihr lieber Videos sehen wollt, die euch mehr Spaß machen, schreibt was. Sprechenden Menschen kann geholfen werden, Schreibenden auch. Heute das Thema, Crowd Control in Dungeons. Früher brauchte man noch Crowd Control. Ich lese das immer wieder mal von Leuten und man kriegt natürlich sehr, sehr schnell, stellt man fest, dass diese Spieler sehr wenig Ahnung haben, von dem, wovon sie reden. Warum stellt man das fest? Weil sie offensichtlich nicht mitbekommen, dass man heutzutage in Dungeons, um große Puls zu machen, eine ganze Menge Crowd Control braucht, weil das ansonsten vorne und hinten nicht funktioniert. Was sie also, glaube ich, meinen, ist nicht, ob man Crowd Control braucht oder nicht, denn das braucht man heutzutage auch, sondern sie reden von Soft Crowd Control. Dazu muss ich auch erstmal allgemein eine Sache sagen. Wenn ich in meiner Gruppe oder andere Gruppen, die ihr seht, die in der Stammgruppe Mythic Plus Dungeons machen, ein 15er oder 16er machen und da ohne viel Absprache durchzergen, dann unter anderem deshalb, weil wir das Dungeon Outgear, ein 16er oder 15er im Moment ist nicht besonders hart, in den meisten Fällen, weil wir es zwischen 50 und 100 Mal gespielt haben und jeden Mob und jeden Pull kennen und zum dritten, weil wir uns als Gruppe kennen und als Gruppe wissen, wer wie, welchen CC anwendet, welche Spells gekickt werden müssen und so weiter und so fort. Das sieht natürlich immer total einfach aus. Ich weiß, viele gucken sich das Invitational an und das sind nur 17er Dungeons gewesen. Nur, sage ich deshalb, weil für 17er ganz viele Dinge noch nicht zutreffen, die für 20er sehr wohl zutreffen. Gucken sich das an und denken sich, boah, das sieht ja voll easy aus. Was sie dabei übersehen ist, was alles an Gedanken da reinfließt, bis man diese Sachen so easy aussehen lassen kann. Ihr werdet es vermutlich kennen, wenn ihr selber mal Progress geradet habt oder so und habt einen First Kill nach 300 Vibes geschafft, seht aber auch ein Video von einer anderen Gilde, die weit vor euch den entsprechenden Kill gemacht hat und denkt euch, das sieht so easy aus. Ja, wenn alles perfekt läuft, sieht es immer easy aus. Also es ist absolut nicht so, dass man heute keinen CC brauchen würde. Ganz im Gegenteil, man braucht mehr CC als je zuvor. Und teilweise ist es eine Frage eines Global Cooldowns, ob ein Pull klappt oder nicht klappt. Teilweise ist es eine Frage von einem Kick, ob es ein Vibe ist oder nicht. Es gibt ganz, ganz viele Mobs zum Beispiel, die einen Stun haben. Und wenn ein Stun durchgeht, zum Beispiel auf dem Tank und nicht gekickt wird, kann das alleine schon instant ein Vibe bedeuten. Zudem würde ich euch empfehlen, wenn ihr so wie ich eine Gruppe habt, mit der ihr regelmäßig die 10er Dungeons erstmal kleert und dann so in Richtung 15, 16, 17, 18 spielt, versucht auch mal 19, 20, 21. Denn ihr werdet feststellen, das ist zum Teil eine komplett andere Welt. Fähigkeiten, die auf 17 unangenehm sind oder auf 15, sind halt auf 20 oder 21 mal einfach ein One-Shot und du brauchst einen Plan B. Wir haben das festgestellt, da haben wir nur, in Anführungsstrichen, war das ein 17er oder 18er Eye of Azshara. Und der zweite Boss in Eye of Azshara, der halt einfach mal für mehr als die HP unserer Spieler hittet, die ohne den entsprechenden aktiven Cooldown halt mal schlicht und ergreifend gestorben sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob in dem Fall noch Priders ausgereicht hätte, wenn es ab ist, um diesen One-Shot abzufedern oder ob selbst das nicht mehr gereicht hätte. Aber auf 20 oder 21 reicht auch das dann nicht mehr und du brauchst dafür irgendwie einen Plan B. Also man unterschätzt unglaublich, wenn man selber so, ja, ich habe ja selber mal ein hohes gespielt, ein 12er, 15er. Man unterschätzt unglaublich, wie krass die Schwierigkeit manchmal ansteigt, wenn nur ein oder zwei Schwierigkeitsgrade dazwischen liegen. Aber kommen wir nochmal zurück zum ultraschweren damaligen Dungeons machen, wo man ja Soft-CC brauchte. Nur mal etwas, und das ist keine Meinung von mir, das ist schlicht und ergreifend ein Faktum, Um etwas festzuhalten, Soft-CC sorgt dafür, dass man bestimmte Mobs komplett aus dem Kampf nimmt. Also wenn ich einen Mob schiebe für eine Minute und ihn reshieben kann, dann nimmt er nicht am Kampf teil. Das gilt nicht nur für eine Art von CC. Früher hat man teilweise zwei oder drei Arten von CC gehabt, die einen Mob komplett für den gesamten Kampf rausgenommen haben. Das hat manchmal bedeutet, dass man bestimmte CCs hatte, die wieder angewendet werden mussten. Schieb war halt immer ein beliebtes, weil das auch in Combat ohne Probleme ging. Aber im Grunde war es so, man hat sehr häufig Mobs aus dem Kampf rausgenommen. Im Idealfall hat man aus einer Vierergruppe drei Mobs rausgenommen und gegen den Einzelnen gekämpft. Das ist nicht schwerer als heute, es ist bedeutend leichter. Es geht nicht trivialer, als nur einen einzelnen Mob aus einem Pull bekämpfen zu müssen und Mob für Mob einzeln zu bekämpfen in jedem Pull. Geht natürlich und ging natürlich früher nicht immer, weil es immer Voraussetzungen gab, wie welcher CC eingesetzt werden konnte. Die einen gingen nur gegen Beasts und gegen Humanoids, die anderen gingen nur gegen Elementals und Dämonen und so weiter und so fort. Also man hatte nicht immer und in jeder Gruppe uneingeschränkten CC, um mit jeder Situation klarkommen zu können und in jeder Situation Mobs außer Gefecht zu nehmen. Aber der CC, den es früher gab und mit dem wir gespielt haben, ein beliebtes Beispiel bei mir ist dafür TDM, Terrasse der Magister, war sehr, sehr CC-lastig am Anfang, als es rauskam, weil die halt auch unglaublich schwierig getunt war. Also sie war halt getunt auf einen Equipmentstand, bei dem du bestenfalls so Sidegrades bekommen hast aus TDM, zumindest aus TDM HC. Ich kann mich daran erinnern, dass ich einen Raid-equipten Paladin hatte, mit dem ich geheilt habe, wo meine größte Schwierigkeit als Heiler bestand, dass eher mehr oder weniger jeder Boss AOE-Damage gemacht hat und ich als Paladin zu dem Zeitpunkt nicht wirklich irgendwie mit AOE-Damage umgehen konnte und gegen AOE-Damage gegenheilen konnte und habe dann mit Zauberöl und mit Flask und allem Möglichen halt in diesem Dungeon gehangen, damit ich eine Chance habe, die Leute am Leben zu halten. Aber grundsätzlich ist es so, CC ist kein Zeichen dafür, dass irgendwas schwer ist. CC anzuwenden ist ein Zeichen dafür, dass man sich etwas extrem leicht macht, wenn es sich um Soft-CC handelt. Also das Einzige, was man früher mal machen musste, eine Zeit lang, war zu gucken, was die Reihenfolge für CC ist. Sheep war meistens das Letzte, weil Sheep, wie gesagt, in Combat ging. Oft hat man Zepp als erstes angewendet, zumal wenn die Leute nicht Improved Zepp, falls ihr es noch kennt aus meinem Blog, Improved Zepp hatten, weil das einem aus dem Stab rausgeholt hat und wenn man es Improved hatte, nur mit einer 90% oder 95% Chance nicht rausgeholt hat. Dann gab es noch die Jägerfalle, wo man die Leute noch gezielt reinziehen musste, also die Mobs gezielt reinziehen musste und so weiter und so fort. Also man musste einmal die Reihenfolge des CC kennen, das war die größte Schwierigkeit. Ansonsten war es bei fast allen Pulls, selbst bei den schwersten Dungeons, sogar ziemlich egal, was man CC hat. Ich kann mich zum Beispiel spontan an praktisch keine Abilities mehr erinnern und ich habe die ganzen Dungeons wie blöd gemacht, zum Beispiel in Burning Crusade, an keine speziellen Abilities mehr erinnern von den Mobs. Heutzutage, natürlich ist es auch, liegt es näher in der Zeit, glaube ich, kann ich bei fast jedem Pull, fast jedem Spell der Mobs sagen, wenn sie irgendwas casten können und ob die interruptbar sind oder nicht oder ob man HCC braucht dafür. Es gibt sicherlich noch welche, die es besser können, weil ich in den letzten Wochen und Monaten auch nicht mehr so viel Mythic Plus gemacht habe, aber halt kein Vergleich zu vorher. Ich frage mich ehrlich gesagt immer, woher das kommt, dass Leute sich unbedingt einreden wollen, dass irgendwas früher anspruchsvoller war. Ich weiß es nicht. Ob das an der allgemeinen Anti-Haltung gegenüber neuem Content liegt, ob sie das wirklich, ich glaube, es gibt welche, die es wirklich glauben. Ich glaube, es gibt Menschen, die sitzen jetzt zu Hause und denken sich, also oder für die, ich glaube, es ist auch in vielen Fällen so, dass es Menschen gibt, die glauben, wenn etwas schwerer ist, ist es besser und die sich eingeredet haben und immer noch weiter einreden, dass ja WoW früher besser war und dieser Logik folgend, da schwieriger besser ist, muss alles, was früher war, auch schwieriger gewesen sein. Wir können uns irgendwann mit Zeit noch mal über Rates unterhalten und wie schwierig Rates früher waren oder über Specs und Klassen und wie früher, wie schwierig Specs waren und die mit heute vergleichen, weil das ist auch so ein Ammen-Märchen, was immer wieder aufgetischt wird. Wie unglaublich komplex und kompliziert auch die Specs waren und heute sind alles zwei Button-Specs und so. Egal, das vielleicht an anderer Stelle. Heute sollte es mir nur und geht es mir nur um das Thema Crowd-Control und Crowd-Control heute verglichen mit Crowd-Control damals. Aber ich glaube, ich werde vermutlich auch nichts bewegen können bei denjenigen, die so ticken. Diejenigen, die so ticken, die werden jetzt schon längst auf den Download-Button geklickt haben und sich aus dem Video verabschiedet haben. Aber ich habe euch, glaube ich, ganz brauchbar erklären können. Oh Gott, die spawnen? Nee, die spawnst du nicht? Nee, du läufst noch weiter. Brauchbar erklären können, warum es so ist. Also, wenn mir da irgendwas erzählen möchte, wie schwer doch früher die Dungeons waren und Shattered Halls und ich habe sie alle gespielt. Shattered Halls, Shadow Lab, TDM, um ein paar von denen zu nennen, die früher tough waren, die sind halt auch so designt worden mit dem Hintergedanken, dass man sie so macht, dass die Gruppen mit CC reingehen müssen, um sie schaffen zu können oder halt auch teilweise kiten. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben zu einem Zeitpunkt diese ganzen Dungeons gemacht, die ja auch teilweise notwendig waren für die Attunements, wo wir absolut grottiges Equipment hatten. Und man kann natürlich heute einen 940-equipten Tank, der durch einen 10er Mythic-Plus-Dungeon durchrauscht, nicht ganz damit vergleichen, wie es am Anfang aussah. Und wer sich noch daran erinnert, Legion am Anfang. Ich persönlich fand die HC-Dungeons gut designt und anspruchsvoll getunt, ganz am Anfang mit Crabgear und die Mythic Nuller auf jeden Fall auch. Also, sie waren definitiv nicht trivial. Die waren jetzt nicht so, dass man da wochenlang rumgeweibt wäre, aber man musste sich schon ein bisschen Taktiken überlegen, wie man was spielt. Und die Leute durften nicht zu viele Fehler machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nein, hoffe ich, dass ihr mich wissen lasst, warum nicht. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Bardo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.